Hallo, hier ist Peggy von PJ's Ideenreich. Ich bin unabhängig, gestern bin Abdemonstratorin aus Ravensburg und habe heute die zweite Monatskarte für euch von meiner kreativen Auszeit im Juli. Ja, diesmal habe ich mir, ihr wisst ja, es geht um Männerkarten bzw. männliche Karten für Jung und für Alt. Und diesmal habe ich mir die Jugendlichen rausgenommen und zwar das Stempelset Nix zum Meckern. Eines meiner absoluten Lieblingsstempelsets aus dem neuen Jahreshauptkatalog. Ich liebe Ziegen und diese Ziegen sind einfach klasse. Klar, der Jugendliche darf nicht zu cool sein und sich auch nicht zu cool finden, dann findet er diese Karte bestimmt auch cool. Ihr versteht bestimmt, wie ich das meine. Ja, wir werden arbeiten mit dem Nix zum Meckern. Ich habe mir wie immer ein kleines Materialpaket geschnürt. Darin ist enthalten, in Jade, ein Farbkarton mit dem Maß 21x14,5 und gefalzt bei 10,5 und mein Kartenaufleger mit 10x14 cm. Zudem habe ich mir so zwei kleine Fähnchenbanner, wie auch immer, zurechtgeschnitten. In dem Maß 8x1 cm, genau. 1x8 cm, beziehungsweise einen halben Inch, denn ein halber Inch passt in unsere neue aus dem Mini-Katalog. August bis Dezember, also eigentlich der Herbst-Winter-Katalog, gibt es diese Stanze neu. Wir haben ja eine äquivalente Stanze, was für ein Wort, äquivalente Stanze im Jahreshauptkatalog. Ich finde diese aber für Männerkarten einfach besser. Von dem her nehmen wir diese und da passt eben einen halben Inch direkt in diese Führungsschiene. Deswegen habe ich das so genommen. Das können wir gerade mal machen. Ich führe mir die in der Führungsschiene bis ganz nach hinten, schaue, dass es auch richtig an der Wand anliegt und stanzen wir das einmal weg. Und schon haben wir zwei schöne Fähnchen. Die Reste brauchen wir nicht. Und die Stanze hat ihren Dienst erfüllt. So, wir beginnen mit Stempeln und fangen an. Ich nehme mir Memento und meine Ziege. Da gibt es ja auch noch zwei weitere Ziegen in dem Set, aber die frisst gerade eine Blume. Von dem her passt es zu, ich hatte einen Kuchen für dich, aber habe ihn gegessen ziemlich gut. Ja, ja, reden und so und dann ins Kissen fassen. Naja. Jetzt muss ich nachher bloß aufpassen, dass ich nicht unbedingt die Karte anfasse. So, ich setze mir meine Ziege hier unten hin. Und wo wir das Stempelkissen schon mal aufhaben, werde ich mir jetzt auch meine zwei Sprüche stempeln. Ich muss natürlich darauf achten, dass sie auch richtig rum sind. Ich hatte erst überlegt, den Spruch hier direkt mittig zu setzen, fand es dann aber zu langweilig. Von dem her setzen wir die ziemlich an den Rand der Streifen. Muss immer gucken, nicht, dass ich es falsch rum habe. So, haben wir die auch schon fertig. Und jetzt nehmen wir uns das jadefarbene Stempelkissen und stempeln damit unseren Geburtstagsspur. Weil der muss natürlich schon mit drauf. Zum Geburtstag für Glück und mehr. Ja, ich habe eine Freude an diesem Set. Meine neuen Timmis haben auch ihre Willkommenskarten mit den Ziegen bekommen. Ich liebe sie einfach. Ich mag die gern. So, wir kleben auf. Und zwar habe ich für die Fähnchen mir Dimensionals genommen. Und auch auf das zweite. Also das ist wirklich eine ganz fixe Karte. Aber so soll es ja auch sein. Die Reihe heißt ja nicht umsonst Clean & Simple. Oder Simple Stamping. Je nachdem. Kreative Auszeit. Wisst ihr, glaubt, ihr könnt zu mir ins Kreativ-Eck kommen. Momentan allerdings maximal zwei Personen. Und dann könnt ihr jederzeit eine der Karten basteln. Ich stelle euch das dann zurecht, das Material. Und dann könnt ihr drauf losbasteln bei mir. Natürlich nur zu meinen Öffnungszeiten. Findet ihr aber alles unten in der Infobox. Oder im Abspann. Je nachdem. Gut. Das klebe ich auf. Und jetzt ist die Karte eigentlich schon fast fertig. Wir kleben noch die Grundkarte auf unsere... Quatsch. Wir kleben den Aufleger auf unsere Grundkarte. Und damit ist der Spuk auch schon vorbei. Schnelle, einfache Karte. Und ich denke, der Jugendliche wird sich freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bleibt kreativ. Und schaut nächsten Montag wieder rein. Denn dann gibt es die Karte für einen jungen Mann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018